Zwischen Dresden und Paulsen zu Hause ist nur mal um die Richtungen abzugrücken. Aber es ist leider nicht ein Problem des Problems, es steht einer an der Wand, das könnte man sagen. Und das Problem, der Rückwärts, der Nassistik, das Blatt ist. Nicht gesehen, brennt die Plattform. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020